Tag, servus, mon und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß macht. Willkommen in der Druiden-Hexenküche von Farnhau, der mittelalterliche Apotheker aus der mittelalterlichen Serie. Die F9024. 1470 Teile, zwei Figuren und LEDs, die leuchten. Ist im Dezember 23 erschienen, war ganz kurz bei Amazon erhältlich und dann sehr schnell ausverkauft. Ich hätte das Video eigentlich an Weihnachten liefern sollen, aber da war es schon ausverkauft, da nicht mehr so viel in den Container gepackt hat. Sollte jetzt aber, wenn dieses Video erscheint, wieder erhältlich sein. In der Description findet wir einen Affiliate-Link und auch Codes, mit denen ihr euch ein paar Prozente spart, sowohl bei Farnhole als auch bei Amazon. Das wird 94,99 kosten. Nach meinem Wissen, wenn ich dieses Video aufnehme, kann auch 4 Euro hin oder her sein. Das sind ungefähr 6,5 Cent und Ups, die wert sind, schauen wir uns jetzt an. Ihr seht mal wieder recht schlecht, aber wenn man so an- und ausmacht, seht ihr, dass es leuchtet, sowohl oben als auch unten. Und ich stelle wie immer auf Instagram ein paar Fotos, die das besser zeigen. Freut mich, wenn ihr rüberschaut. Und ich mache es jetzt noch einmal an und jetzt wieder aus. So, wir schieben das gute Stück kurz zur Seite, um den Papierkram zu lösen. Wir kriegen eine typische Funhole-Box, die okay gefüllt ist. Hatten wir auch schon voller. 1500 Teile. Aber es ist okay. Man kann nicht groß meckern. Da gibt es viel, viel Schlimmeres. Die sind schon ziemlich auf Logistik optimiert. Und das Schöne ist, wie immer, man kann sie wirklich einfach auch wieder zumachen. Gefällt mir immer. In dieser Schachtel haben wir, wie üblich, die Funhole-Schachtel, in der zum einen diese wunderbare Pinzette ist und die Stecker nicht, die durchaus filigran immer noch sind, nicht kaputt zu machen. Es bleibt der Funhole-Teile-Trainer übrig. Und hier haben wir noch ein bisschen Kleingedöns drin. Einmal eins, aber es ist alles drin. Zwei Fliesen, die eigentlich mit Stickern beklebt werden. Ihr habt schon gehört, dicker. Und hier sind mir zwei Teile übrig geblieben, die ich zweimal verbaut habe. Und ich weiß nicht, wo ich sie vergessen habe. Solche 2x2 mit Loch, Pinloch. Mir nicht ganz klar. Ist eigentlich recht untypisch bei Funhole, dass sowas übrig bleibt. Aber ist übrig geblieben. Ansonsten, wie immer, die Ärmchen der Figuren. Wir haben zwei dieser Tütchen und wir haben dieses Mal eine braune Funhole-Akku-Box. Ich betreibe es wie immer einfach mit USB und finde das angenehmer. Wir haben eine Anleitung. In der Anleitung haben wir vorne die Service-Card. In der Service-Card sind die Sticker. Da sie recht futzlig sind, habe ich sie mir erspart und sind schon sehr klein. Einmal eins. Round Bricks mit Stickern zu versehen. Ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Habe ich mir gespart. Wir haben eine Anleitung, die wie immer keine Fragen offen lässt und ihr euch auch auf der Funhole-Seite als PDF zum runterladen könnt. Und ich zeige euch ganz kurz diese Elektro-Komponenten. Hier unten haben wir dieses Mal dabei. Es ist gar nicht so viel, aber es zieht sich durchs ganze Haus und macht somit Spaß und Sinn. Und wir haben zwei sehr schöne oder eine wunderschöne Figur. Den Droiden, der hat gleich zwei Umhänge, woraus einer der Umhänge eine Kapuze wird. Ja, wenn man ein bisschen dran rumspielen würde, dann könnte man ihm die schön aufsetzen. Ich finde, er sieht fast ein bisschen aus wie dieser Kerl aus dieser alten Serie. Es war einmal der Mensch. Wir haben noch ein Ei mit. Ich habe es immer noch nicht ganz gecheckt. Ich glaube, es ist ein Auge, was daraus sieht. Und wir haben noch einen Kunden. Mittlerweile muss ich zugeben, habe ich mich sehr an diese Funhole-Figuren gewöhnt. Ja, von hinten leider wieder unspektakulär. Keine Drucke oder so. Aber ja, mittlerweile... Also gerade dieser Apotheker oder nennen wir ihn Droiden gefällt mir. Aufwendig gemacht mit den Barth-Elementen. Man muss da diese... Es war gar nicht so leicht, diese zwei Umhänge da übereinander in diesen... Auf diesen Kopf zu stecken und dann noch den Barth drauf und dann kommt erst der Kopf. Musste ich ein bisschen Zeit aufwenden. Ging aber. Dann haben wir hier dieses schöne Stück. Hier messen wir aus. Es ist wieder auf Brick-Build, äh auf Plates gebaut und nicht auf Baseplates. Da sind wir bei 19 Zentimeter in der Geschichte. Wir sind bei 17,5 in der Tiefe und haben eine Höhe bis zur bis zur Kaminspitze von 33,5 und vorne bei 31. Passt natürlich sehr gut zum mittelalterlichen Stadtplatz, den ich euch oder Einkaufszentrum, das ich euch schon mal gezeigt habe, verlinke ich hier oben. Und da ist es. Die Apotheke. Ich habe keine Ahnung, ob im Mittelalter die Apotheke eine Apotheke war oder ein Heiler oder Druide. Ich kenne mich zu wenig aus im Mittelalter. Ich mag den eigenen Stil, den Funhole für diese Sachen gefunden hat. Er hat sowas Comicartiges mit diesem schon Tiny Toon mäßiges. ist so ein bisschen anders und finde ich eigentlich sehr abwechslungsreich zu der Menge an Mittelalterhäuschen, die es mittlerweile so gibt. ist ja durchaus fast inflationär. Wir gehen einmal drum herum. Wir haben hier oben einen Giebel, der sehr interessant gebaut ist, oben mit der Spitze. Wir haben Unmengen an Grasgedönse hier vorne und bete. Ich zeige es euch gleich noch, wenn es zerlegt ist, ein bisschen genauer, aber jetzt einmal so. Ihr seht, da ist was geboten. Wir haben noch eine schwarze Katze. Natürlich gehören auf diese gelben Schilder, äh, orangen Schilder vorne Aufkleber. Wir haben Kabel, die verlegt sind, wo einmal auch drinsteht, wenn es zu lang ist, soll man es um diese grüne Pflanze wickeln. Ein interessant gedecktes Haus, äh, Dach hinten sehr aufgeräumt. Hier haben wir eine Klappe, in die ich euch auch gleich noch natürlich reinschauen lasse und ein Giebel und hier oben eine Eule. Okay, jetzt gucke ich mal, ob mein Kabel reicht, dass ich es euch einmal noch mit ein bisschen Beleuchtung näher bringen kann, ohne in der Hoffnung nichts auseinanderfällt, denn der Grobmotoriker Donnergurgler ist am Start. Ja, drin leuchtet was, da ist ein kleines Feuer. Es ist wirklich überall, kann man hier die Tür aufmachen, dann kann man vielleicht sehen, dass auch hier drin Laterne und hinten jede Menge Beleuchtung und oben kann ich es euch leider sehr schwer zeigen, aber auch dort leuchtet es natürlich aus allen Ecken. Dann kann man das gute Stück zumindest in der Mitte zerlegen, einmal hier, das obere ist leider festgebaut und dann kann ich euch das mal so zeigen. Das hier ist ein bisschen tricky, das soll hier so rumgewickelt werden und dann in diese Siegklemmen eingeklemmt. Es soll eigentlich nochmal rumgewickelt werden, das hat bei mir nicht ganz geklappt. Da müsste man das Ding vielleicht ein bisschen warm machen, dass es ein bisschen mehr Flex hat. Wir haben jede Menge Kräuter und Blumen, die hier angepflanzt werden. Dann ein kleines Häuschen, ich weiß nicht ganz genau. Also da ein Licht drin ist, gehe ich davon aus, dass da drin irgendwas gebraut wird oder so. Oder es irgendein Lager ist. Wir haben überall immer wieder mal kleine Pflanzen angebracht. Ich finde die Dächer schön gelöst. Hier mit diesen, ich weiß immer nicht wie sie heißen, irgendein Modified natürlich. Aber die, alles schön aufgeräumt. Hier an dieses Stelle und das finde ich wieder schade, gehört eigentlich dann diese Batteriebox. Schade, dass sie nicht irgendwo innen verbaut ist. Und hier innen drin haben wir einen Verkaufstisch mit einer Kasse und einer Waage. Und ansonsten tatsächlich nur ein Regal mit ein paar Waren. Da ist unten so viel nicht los, aber es geht dann eine Leiter nach oben. Es ist schwer zu zeigen. Und habe es aber auch auf der anderen Kammer da schon versucht. Leider kommen wir nicht viel besser hin. Und hier im Eingang ist tatsächlich nur eine Laterne auf der Seite. Und das war es auch schon. Die leuchtet natürlich. Dann haben wir den ersten Stock mit Giebel. Den kann man wie gesagt irgendwo, wenn ich den Deckel finde, aufmachen. Dann können wir da reinschauen. Und da drin ist dann hinten die Hexenküche sozusagen. Jetzt versuche ich es doch mal ab. Die andere Kamera uns da weiterbringt. Auch wenn sie farblich und latenzmäßig gerade nicht die beste ist. Aber vielleicht kann ich es euch so zeigen. Da ist wirklich jede Menge an Gedöns da in diese Küche gebaut. So langsam bewegen. So kann man es ein bisschen sehen. Habe ich das Gefühl, wenn der noch aufgeht. Genau. Das ist schön gebaut. Da hinten leuchtet natürlich auch das Feuer und so weiter. Etwas schwer zu zeigen. Alles voll gestopft und voll gebaut. Und oben leuchtet dann auch noch eine Laterne. Das oben drüber, das Dach, kann man nicht einfach modular abnehmen. Sondern man nimmt einmal den Giebel ab, der wirklich interessant gebaut ist. Weil der ist hier so einfach vorne angeklemmt und mit einer Hinge dann so drauf gelegt. Das finde ich ziemlich cool gelöst. Und kann man dann als Ganzes eigentlich, wenn man sich nicht anstellt wie ich, so abnehmen. Und ist dann diesen Winkel. Das finde ich echt cool gelöst. Und wenn man diesen Winkel hat, dann kann man sowohl auf der Seite das Dach abnehmen. Das dann hier oben so eingelegt ist. Und das gleiche ist auf der anderen Seite. Nur, dass man hier noch den Giebel so rausnehmen muss. Und dann sehen wir, dass hier oben auch was los ist. Da haben wir auch Kerzen und irgendwas im Kamin ist noch. Check ich nicht ganz, was es ist. Ein Feuer. Und dann geht hier was ab. Wieso geht das ab? Ich muss schnell selber schauen. Ein Feuer. Ein Schreibtisch mit Stuhl. Und ein bisschen Holz und Stroh. Und ein Bett. Wir haben das Bett. Wir haben da ein Holzfeuer dahinter. Den Kamin, der natürlich leuchtet, wenn es angesteckt ist. Wir haben hier wieder so einen Leiter. Also einen leitenden Stein, der von oben nach unten die Dinge weiter transportiert, den Strom, um genau zu sein, damit das leuchtet. Und die Dächer finde ich auch schön gelöst mit. Jetzt muss ich mal gucken, wie rum gehört es. So rum gehört es. Na. So. Legen wir das wieder drauf und dann liegen wir auf der anderen Seite. Oder ich tue das für euch. Das haken wir so ein. Und dann muss man wieder rausfinden, wo vorne ist. Hier ist vorne. Dann können wir das aufklappen. drauf klicken. Und da ist es wieder. Das gute Stück. Und dann baue ich es bestimmt wieder falsch schon drauf. Wo ist der Strom? Hier ist der Strom. Und da ist es wieder zusammengebaut. Die Apotheke. Der schönste Platz ist immer an der Apotheke. Und sonst an der Theke. Funhole. Tolle Teile, Qualität wie immer. Keine Mikrokratzer. Shiny alles. Wunderbar verpackt auch. Bauplan lässt keine Fragen offen. Teilweise bei den Beleuchtungen, wie die Kabel verlegt werden, nehmen sie es dann immer. Dann nehme ich es ganz genau. Und ganz viele Kleinigkeiten, dass man genau sieht, wie es funktioniert. Ich finde den eigenen Stil dieser Funhole Mittelalter-Sachen eigentlich sehr schön. Wie gesagt, die Figuren, den Druiden, finde ich einfach wirklich toll. Und habe mich, wie gesagt, langsam an sie gewöhnt. Das gesamte Erscheinungsbild, das ganze Produkt macht Spaß. Und toll finde ich auch, dass man die Box wieder verschließen könnte. Das kennt ihr mir. Und dass man bei Funhole die PDFs runterladen kann auf der Webseite. Finde ich toll. Die einzige Kritikpunkt, den ich habe, sind die Sticker. Punkt. Mehr kann ich tatsächlich an Kritik nicht sagen. Ich hatte Spaß mit dem Set. Schreibt gerne mal unten rein, wie ihr die Funhole Mittelalter-Serie findet. Und gerne auch, ob es im Mittelalter Droiden oder Hexer oder Medikamente oder wie sie hießen, Heiler, wie er sich auskennt, gerne mal unten reinschreibt. Und ich weiß, dass immer wieder mal welche reinschauen, die sich damit auskennen. Das war der Donner-Googler für heute. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, wenn ihr ein Abo klickt und die Glocke dazu. Und eure Meinung unten reinschreibt, wie ihr das Video findet, äh, das Set findet. Und das war der Donner-Googler für heute. Lasst euch gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.